Was ich ziemlich, ziemlich gut finde. Boah, halt den Vogel still. Ah, halt das Ding still. Nein. Mal sehen, was die Kalore drauf hat. Oh mein Gott. So. Wir sind noch Leute. Gut, festhalten. Das halten die vom Klima-Tief runterbringen. Noch eine Geh-Fort. Wirst du das, Adams? Bring uns hin. Schwäche. Guck mal, was ist denn das? Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ganz wie du meinst, Wolke. Aber, naja. Das sind halt die üblichen... Einfach nur Ballerspiele, muss ich sagen. Und ich glaube deswegen. Ja, da müssen wir bestimmt gleich rumlaufen. Wenn? Wenn? Okay, vielleicht nicht. Äh, das sind halt die schmallende Passagen, die das vielleicht auf eine Ebene und die andere in den Shooter heben. Errungenschaft freigeschaltet. Die große Flucht. Schön. Irgendwie klingelt es bei mir die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Oder ob das der Heli, das Heli-Geräusch ist. Moment, wir sind fast nicht. Kiri, jetzt ist es zu spät. Nein, ich meine, das haben wir doch schon gesagt. Wie meinst du das? Ach, scheiß drauf. Es ist doch ein Klax. Machen die Wichser einfach fertig. Gehen, klar. Jetzt sind wir beim Anfang. Komm. 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 Komm, halt das Ding still. Ja, schön. Aber man sieht jetzt hier gar nichts mehr. Wahrscheinlich steht man auf die Biete noch nicht. Scheißegal, halt das Ding ruhig. Da kommt noch ein Bisslein. Komm, halt hier. Wieso müssen wir jetzt recht nicht der Klan ankommen? Jo, es ist ein Sturm. Nern Sie schnell. Los, bring uns hier raus. Nicht mit den Typen auf den Arsch. Dann bring uns hin. Die sind Sturm, spinnst du? Ja, BSE. Komm. Ja, schön. Ich glaube, ich bin nicht der Klan nicht schön. Oh, scheiße. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich habe nicht festgemacht. Natürlich stirbt er am Ende. Naja, vielleicht ist es noch nicht das Ende. Wir sollten diese Menschen im Stich lassen. Stattdessen wählten wir die Verdammnis. Nicht alle von uns. Was? Wer ist da? Eines eurer Opfer. Der, der nur Befehle ausführte. Sie ließen uns keine Wahl. Ihr hattet immer die Wahl. Ihr habt nur Scheiße gebaut. Wir wollten euch retten. Tief drin wussten sie, dass wir alle sterben müssen. Es war nicht meine Schuld. Captain. Lugo. Hilfe. Über 5000 Menschen leben noch in Dubai, am Tag bevor sie ankamen. Wie viele sind wohl heute noch am Leben? Wie viele werden es morgen sein? Ich dachte, ich soll diese Stadt vor dem Sturm schützen. Falsch. Ich muss sie vor ihnen schützen. Walker. Bist du da? Verdammt, Walker. Wenn du lebst, dann antworte mir. Karne. Was? Ich bin's, Adams. Scheiße, Mann, wo steckst du? Weiß noch nicht. Ist Lugo bei dir? Nein, der ist seit dem Heli-Absturz weg. Fuck. Und wo bist du? Und einfach dem Rauch. Gut, ich komm zu dir. Das hört sich überhaupt nicht mehr schön an. Also, was wir getan haben, war offensichtlich überhaupt nicht gut. Und was wir noch tun werden, ist wahrscheinlich noch schlimmer. Wer weiß, ob wir das überhaupt überleben können. Ich hab den, Hohrensohn. Runter, 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 runter. Schnell, 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 schnell. Na, mal gucken. Shit, ich hatte mischt. Warte. Super, dass wir jetzt mit Adam's laufen müssten. Der da so richtig geil am verreckten ist. Kannst du gehen? Ich brauche einen Moment. Wer diese Kerle vom Hals? Ich bin nicht unbedingt mit 33. Komm auf die Beine. Scheiße. Gott, verdammt. Stopp. Nein. Was sollen wir machen? Ich fürchte. Der Funker ist Turm. Sein Funkturm wurde zerstürzt. Vielleicht ist jetzt eine Evakuierung im Weg. Ja, so kann man das auch sehen. Also. Also. Wow. Böse. So, wo seid ihr? Nein. Sinkum. Verdammt. Wir gehen nicht. Geben wir Feuer, kurz. Aders. Schalt ihn raus. Falt ausgeschaltet. Wieder eine Werdige. Nein. Lade. Lade. Denkum. Scheiße. Wer nicht sterben. Lade. Was sollen wir machen? Nein! Wir haben keine Waffen mehr. Wo haben wir hier Munition? Da haben wir Munition, ja! Boah. Super. Nein! Naja. Oh, tut mir leid, da muss ich mal kurz aufhören.